Am 19. Oktober starten die Herbstferien in Sachsen-Anhalt. Zum einen sollen sich die Schüler vom Schulstress erholen. Aber es ist auch die Zeit, sich mit der eigenen beruflichen Zukunft zu beschäftigen. Das gilt ganz besonders für Schüler ab der 8. Klasse. Matthias Kaschte, Chef der Agentur für Arbeit Magdeburg, lädt deshalb dazu ein, digital mit Unternehmen aus der Region ins Gespräch zu kommen und Ausbildungsberufe zu entdecken. Das per Live-Videoshats. Zahlreiche Unternehmen stellen ihre Berufe vor. Wie Fachlagerist, Industriemechaniker, Elektroniker, Mechatroniker, Industriekaufmann, Kauffrau, Pflegefachmann, Pflegefachfrau, Bergbautechnologe, Kraftfahrzeugmechatroniker, Kaufmann, Kauffrau für Verkehrsservice und Industrieelektriker. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter der Hotline 0391 257 1210 erforderlich. Wichtig ist, die E-Mail-Adresse zur Hand zu haben. Für die Versendung von Zugangsdaten wird diese benötigt.